Ich muss seinen Schwanz verpacken! Ja, das muss ich! So, nach vorne wird er. Ja! Ab? Ja! Ja, ich habe nur noch den Elf verstanden. Das ist ein Zauernpin, finde ich interessant. Der ist ein Zauernpin! Wow! Oh, der weiß! Oh, der war... Ich bin's! Und da... Also, zeig mir, ob ich deinen User gemacht habe. Eins? Hintergemacht? Ja. AAAAAAAH! Ganz ruhig, ganz ruhig. Also, gut! Benutzen... Tja... Die grünen Latterriche... Latterriche... Na, du weißt das. Die grünen Latterriche? Genau! Die grünen Latterriche benutzen! Ja! Lass ich mal wieder angucken, ja? Ich stehe bei Ihnen jetzt gerade in einer Position. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt. Das stimmt nicht. Hältst du beide entspannen? Die Beine rollen sich. Beine rollen sich. Beine rollen! Das ist sehr komisch, wenn du da hast. Trink-Arzt! Trink-Arzt! Das war noch... Man kann so einen hohen Aufstieg und so einen hohen Teil nicht. Man kann so einen hohen Hubs. Ja! Das ist das Klasse-Spieler, oder? Das ist das Klasse-Spieler. Ich bin mit dem. Ich bin mit dem. Oh eh! Hm. Der ist nur noch auf Rollen. Der Robben? Wo ist die andere? Ja, das ist durch. Der hat doch noch keine Eke bekommen. Ist die noch anverschuldig? Ja, dann können wir die jetzt noch mit einnehmen. Das ist noch auf den Tisch. Genau, sonst würde man ja nicht. Der Schwan ist weg! Der Schwan ist weg! Der ist auch weg. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, da kann man ja. Der Luke ist immer noch da. Ja. Der Luke ist immer noch da. Ja. Das ist beide Richtung. Nur da los. Oh nein, da ist er. Ja, wer wohl? Ja, wer wohl? In der Oberen, in den Tod? Dann müssen wir da durch. Je weh des Schlafes. Oh! Das wäre ja auch interessant, wenn das geht. Und was denn? Lass du das ja... Willst du deine Figur über die Tür oder irgendwie machst du das? Tja. Tja. Ja, also ich würde den Kampf jetzt nicht mehr machen. Ich würde vielleicht weitergehen. Ich probier's jetzt mal in der Meinung. Wiederherstellung brauchen wir ja nicht. Wenn dann brauchen wir Steigerung. Wiederherstellung stärker ist nur noch, wenn ein Schwächungszustand wird. Ja. Eine Gruppe Gesundheit Mittel. Ne, wir haben jetzt nicht. Haben wir gar nicht mehr Gesundheit Maximum, oder? Ja. Ja. Ja, wir haben aber das. Ja, ich glaube, das bringt jetzt alles nicht so viel. Bisschen, aber meiner Meinung nach ist... Kämpfe nicht? Kämpfe nicht. Kämpfe nicht. Ja. Also wenn es nur der hier ist, dann ist es okay. Ja, mal gucken. Einschlag, jetzt war die Luft. Ja, die hat aber kaum was. War das der Mino, oder? Oder der Oberlinotausch? Nein, viel leisten, aber... Und weil wir gegen den Oberlinen wissen wir schon, dass wir das Grätsch ist. Geht. Na, wo ist denn der Tor? Bleib mit dir. Stopp. Scheiße. Ich bin nicht. 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 Oh nein, in dem Entgang. Hinterdurch! Oh, was kann man heilig kommen? Ja, deswegen. Zack! Das heißt, die sind aber das nächste Mal immer noch da. Naja, aber zu zweit hauen die richtig rein, weil sie alleine sind. Das ist der Ort, der ist ziemlich eng. Das ist das Problem. Am stillen, engen Örtchen. Da hinten ist ein Monster. Und es greift nicht an. Super. Machen wir den nicht noch. Der tut ja nichts. Der tut ja nichts. Der tut mir ja nichts. Nu du uns! Ich finde jetzt kommt zu dem Dich noch mehr eine Tausend. Oh Gott! Nein! Not! Aber Zombies! Das macht er auch nichts. Wie lame! Nein! Das ist mir ja gar nichts mehr. Ich fülle ihn nicht! Nur! Der pumpst reißen! Dem pumpst ich weg und pump! Der pumpst du, du weckerlisch. Ich auch nicht. Pumpf denn. Ich stelle mich in die Flamme! Dann die Metz-Kürze! Klappe von Uru! Oder Steinwald! Steinwald! Steinwald von Uru! Wald! Steinwald! BOMM! Steinwald! Faul! Welche Ruhe! Falsche Ruhe! Fest Ruhe! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Warum gibt es nur eigentlich Befehle? Ich spiele noch! Nein, du machst die Tore! Das ist keine Antwort! Weiche helfen! Juhu! Alle da? Alle da! Ein Körnchen! Beckel liegt noch irgendwo! Nee, glaube ich nicht! Ähhhhhhhhh... Da! Glyphungus! Das ist wieder eine... Oooooooooooooooo! Wegschweb! Wie lange! Oh, ist das schlecht! Nur ein Licht, ne? Nur ein Licht, ne? So, jetzt ist wieder zurück, oder? Ja, der ist weg dann, ja... Oh, Mann! Was? Oh nein! Oh nein! Aber echt Punkt! Vom Regen in die Traufende! Von den beiden Viechern! Weg hier! Ja, die Leute! Ich gucke ob der nicht da ist! Da ist er. Das ist mir nicht so. Ach egal. Ob wir es schaffen oder nicht, erfahrt ihr vielleicht bei der nächsten Episode. Irgendwas bin ich nicht. Ich? Nicht. Nicht. Aber nee, Droch jetzt doof. Droch jetzt doof? Droch, nee. Okay, Minotauros, Ola, dann... Das ist weg, man. Nein, ich weiß, er ist weg. Der wacht doch nicht auf uns. Tja, wir sind eben so schade. An dieser schönen, an dieser schönen Fleck. Oh Gott, Jonas hat in mich gelaufen. Guck's dir an, wie ist er in mich gelaufen. Das ist ja schön. Komm mal da aus dir raus. Und Pause. Pause. Meine Fresse. Meine Freunde. Da sind wir wieder frisch, munter und echt durchkämpft. Das war so schön. Junge Oli, du siehst ja aus wie durchgekämpft. Hm, Junge Markus, du siehst ja aus wie durchgenommen. Du Arsch. Loch. Loch, du Loch. Na, ich presse halt. Ich bin endlich, du bist ein Loch. Wollen wir was zur Folge sagen? Nein. Dann halten sie ja weiter auf diese Niveau, ne? Nein. Ähm, natürlich nicht. Dieses Köderfleisch, so kommst du mir zumindest vor, lockt nur schwarze Oger an, ne? Die und Drachen. Hatten wir denn schon mal was anderes? Was, was so, wo es grau wurde, so Bildschirm? Drache. Okay, und diese. Nach deinem Riesenzykloten. Und dann halt Boba. Zweimal, bloß dreimal. Ja, schon. Ja, ansonsten die Folge wieder viel gekämpft. Weit gelaufen sind wir nicht. Kämpfen gehen einfach viel zeitig. Neuer Gegnertyp. Totengeschwör. Überarbeiteter. Überarbeiteter. Genau. Und die Idee dahinter auch wieder gut. Dass er den Körper von dem Drachen benutzt. Auch, ja. Wieder mal großes Lob. Also, Lob. Nicht großes. Einfach innovativ. Innovatives Lob. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Sensenmann brauchen wir noch mal da. Ja, und keiner Kameo auftritt vom Sensenmann, wo wir geflohen sind. Was aber nicht schlimm ist. Nicht jeder Kampf muss bekämpfen. Wir hoffen ja, ganz kurz noch, dass das bis zum Ende von Darker Risen kein optionaler Gegner bleibt. Sondern, dass er halt bekämpfbar wird. Ich meine, dreimal zugeschlagen, dann war's das. Und wenn's auch nur durch Items ist, die man entweder findet oder kaufen kann, dass wir diesen... Oder mit einem Schlag von ihm vielleicht die Hälfte der Energie weg einfach. Da man nicht gleich, dass der Charakter verschwindet. Oder man selber gleich richtig tot ist. Ohne Lasarus. Steine. Wir werden's sehen. Hattest du nicht letztens gesagt, wir haben so ungefähr die Hälfte? Müssten die Hälfte von ihm sein? Wir haben... Kurzes Stand, ja. Wir haben über die Hälfte jetzt geschafft. Wir sind bei sechs Episoden. Wenn wir das mal so hochrechnen, also zwölf Episoden eventuell, vielleicht auch weniger, vielleicht aber auch mehr. Aber so in die Drehe könnt ihr rechnen. Das ist bis das ungefähr noch erwartet. An Länge meine ich. An Personen. Wir müssen ja nicht mehr so kommen. Ja. Mich würde endlich mal interessieren, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, was das mit den ganzen Stimmen aussichert. Also überhaupt. Ein bisschen mehr Hintergrundsdauer zu der Insel. Ich meine, bis jetzt war Außerkämpfen noch nicht. Ja, ich nehme ja nicht an, dass die Insel ein Seelenleben hat. Hintergrundinfo zu der Geschichte, weiß ich nicht mehr. Ja, ich nehme ja einfach an, dass wir sind schizophren. Und bilden uns die Stimmen ein. Eura gibt's eigentlich auch nicht. Wir sind eigentlich auch kein Erweckter. Also, wir liegen im Koma und träumen das alles. Genau. Und zwar im Jahre 2012. In der Psychiatrie. Neben uns liegt Desmond, der im Animus ist und seine Abenteuer. Da ist ein Leichenuntergrund. Ja, aber ein Spoiler reicht das. Okay. Gut. Wir haben es jetzt leider doch nicht gemacht. Wir würden gerne... Ach so. Ja, ist nicht schön. Nee, ist es echt nicht schön. Wir würden gerne, weil wir immer diese Tafelstücke finden, vielleicht erfährt man ja da was. Wie ist es? Über die Story. Über die Story. Über die Story. Genau. Gerne mit euch die Tafel, die am Anfang steht, die sich jetzt Stück für Stück vervollständigt, gerne lesen. Damit würde man ja was nochmal erfahren. Machen wir noch. Machen wir noch. Machen wir noch. Damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.